Wobei es hat vielleicht auch Baustellengänger gehabt, die natürlich schauen wollten. Was geht? Ja, ja, da kann ich mir schon... Kannst du dir jetzt noch eine Decke holen? Ja, das ist ein Blut. Irgendwo. Guck mal, ich bin sicher. Soll ich mal eine Zeit lang nicht erkennen, jetzt oben oben raus zu sitzen? Ja. Ja, die Rackwürde ist verdammt kalt. Und die hatten ja kein Herz hier oben. Ja, du musst vielleicht auch... Oh, da weiss ich eigentlich. Decke... Der Brummer ist wieder am schweigen. Dann filmt er immer. Ja. 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 Ja.